zum Glück auch noch der alte Map Generator hier drinnen bei dem neuen da sind ja jetzt diese Baumstämme auch so quer angebracht wie vollkommen scheiße dass man die auch so quer bauen kann das nervt mich echt so weil wir brauchen wir das oh Apfel wieder wir müssen wir wofür braucht man so schräg bauen ich verstehe das nicht ich verstehe das einfach nicht niemand braucht so was wir brauchen wir wofür braucht man dieses schräg bauen ich verstehe es einfach nicht es braucht kein menschen falsches Ding der wollte ich das ist wahrscheinlich oh da kommt noch ein bisschen was ok dann brauchen wir ein bisschen höher aber komm man bin ich gut wüsste dass da noch einer drin ist ich bin auch noch irgendwo einer versteckt da ist er ich bin auch noch bestimmt einer drin ich bin auch noch bestimmt einer drin bis das hier nochmal hoch ich bin auch noch ein wie sieht nicht so ganz so lange aus sie wird auch keiner mehr sagen wir sagen haben wir das dürfte der sich jetzt so gut wie von alleine abtragen da dürfte so gut ich sehe aber noch was sein könnte okay da ist jetzt auch nichts mehr da ist auch so gut wie weg das wird ja auch ein schöner spaß diesen baum auch wieder abzutragen nein das muss ich jetzt mal sagen wird mir selber von diesem baum ab tragen auch langweilig aber schon 18 minuten ist ja kein gut nach aber schon gesagt was sein muss was sein wir es unbedingt in dieser aufnahme noch gerne begradigen und dann kommen wir von mir aus auch normal weitermachen soll ich hier noch ein bisschen was dran ruppen aber eigentlich ist das was ich erzähle was wir gerade hören er so nachtglied das hört man gerne mal nachts weil ich aber mein kopf war nicht vielleicht ich würde das gerne mal nachts und dann mal keine ordentlichen textur wie sonst nein wo ist link hin was hast du mit link gemacht ich habe link umgebracht ich habe link umgebracht wir haben echt nichts mehr wir haben bestimmt noch was damit die übliche da nächsten morgen mal sehen wie weit es leckt so verdammt vielleicht kommt auch wegen dem legen dass ich momentan keinen spaß daran finde ich bin finde da ist aber bestimmt noch irgendwas drin und würde ich mich jetzt ausnahmsweise mal hoch jetzt passt das liegt gut pass auf massen da der wunderschöne nacht verwalten wir heute mal hier oben machen wir nicht da kommen unser schönes haus dahinten sehen und schön am weg hier ist ein zeppelin so dann haben wir das auch messen haben wir mal so eine ganze folge nur mal ein bisschen was daran gemacht und es wurde ziemlich langweilig ist es passt die musik nicht mehr so gut so dann müssten wir mal schon nach hause rasen oder mann mal so ein bisschen überlegen die besten von da so eine dreierbrücke pass mal auf ich hab voll Bock drauf das zu machen von da darüber so dann manchmal kurz so dann manchmal kurz so dann brauche ich auch mal eine crafting box schlafkajüte und zwar brauche ich mal ein paar von den dingern mach ich das mal so ich glaube das dürfte ausreichen 16 stück wir werden sehen so so ich nehme mal schnell mit was trägt sich das denn auch von ganz alleine ab da hinten noch ein bisschen dann fällt sich das schon mal schön sehr schick aus wo hier gar nichts ist so da 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 ich mal kurz ein bisschen zu begradigen das war leben aber leben momentan nicht So. Mal da, da. Da haben wir dann nämlich mal, was habe ich mir erst angedacht. So. noch ein höher oder reicht das sogar schon so eine kleine brücke werden wollte ich aber auch schon gerne auf dem trockenen laufen habe ich das erst mal hier genau ein bisschen überlegen aus alle fälle wo ich das ja immer so bestimmt im berg geschlafen lassen und es war immer zu viel nämlich nicht momentan noch nicht und es war auf alle fälle zu wenig sein laufsteg ich hoffe das gewirkt auch gefallen ich habe mir irgendwas überlegt dafür warum wir da noch eine stufel so im raum noch ein paar stufen und dann wir sagen haben wir das auch schon ist jetzt so eine ganz einfache brücke also nicht jetzt was ganz außergewöhnlich so eine ganz hoch so eine richtig geile die so einen echten wert von also jetzt in euro was weiß ich mit 10.000 euro hätte das ist jetzt in brücke die ist maximal 100 euro wert aber momentan können wir uns nicht mehr leisten das budget ist knapp ich mach mal die hälfte ich brauche mich auch nicht von den stufen ich lasse es erst mal bei 40 wir werden sehen ob es reicht oder nicht ich bin gespannt wie das aussehen wird jetzt erst mal hier vorne da und da äh nein das hasse ich nämlich dieses ich muss nämlich da unten so anbringen so und jetzt manchmal das was mir gedacht hat und zwar so mal gucken wie das dann aussehen wird oder waren zu viel ich glaube das tut gefallen also mir gefällt auf alle fälle ich bin gespannt so natürlich die letzte stufe muss natürlich falsch sein sagt dazu kann man nichts fackeln haben wir nicht okay dann müsste ich mal kurz nachdenken und zwar würde ich bei uns wenn dann mal hier irgendwie so durchbauen ich glaube ich glaube das hört sich eigentlich sehr schön an wie wir das ganz genau machen weiß ich weiß was ich die wände machen soll ich habe aber gerade zu mir ist gerade eine idee gekommen das war eine richtig geile ich muss das dafür mal so ein bisschen trimmen ich will dann hier so eine glatte aussicht haben da oben auch so 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 ungefähr also okay was brauchen wir denn hier ist also die mitte da haben wir erst mal durch bis zum ersten stein und zwar ist der er schon da ich bin gerade ich bin gar ein bisschen leise weil ich habe überlegen wir es am besten machen eine fälle will ich mich hier so gerne durchbauen ich glaube das fange ich jetzt auch erst mal nur an macht damit erst mal